Als Trainer auf mich zukam und mich gefragt hat, ob ich Lust habe, diese Masterclass zu machen, war ich gleich Feuer und Flamme, weil es einfach ein unheimlich wichtiger Bereich ist, der, wie gesagt, mir die Karriere gekostet hat und ich einfach weiß, wie entscheidend der Kopf ist und was man mit Mentalcoaching rausholen kann. Mentaltraining oder Mentalcoaching allgemein ist leider in unserem Fußballgeschäft, vor allem in Deutschland, noch sehr problembehaftet. Aber für dich als Trainer ist dieser Bereich unheimlich wichtig, weil es darum geht, deine Mannschaft besser zu machen, die optimale Leistung abrufen zu können, in entscheidenden Situationen, in Drucksituationen abrufen zu können, Nervosität in den Griff zu kriegen, Spieler besser zu begleiten, Spieler zu unterstützen oder Spielerinnen zu unterstützen in ihrer Leistung und einfach auch, was die Kommunikation, was die Analyse betrifft, unheimlich viel Auswirkung auf deine Spieler oder viel Einfluss auf deine Spieler und Spielerinnen nehmen kannst. Also das ist unheimlich wichtig, weil der Kopf entscheidet am Ende des Tages, wie ich mich auf dem Platz sehe und welche Leistung ich auf den Platz bringe. Mein Name ist Sven Schimmel, Ex-Fußballprofi und Sport-Mentalcoach und ich begrüße dich in der Trainer-Masterclass zum Thema Mentalcoaching.